Hallo und willkommen zu einer etwas anderen Folge von Drachis Abenteuer, keine richtigen Folge. Ich bin hier im Teamspeak zusammen mit Morsi, Drachi, also Early und Drachis Abenteuer, sondern der liebe Early und ich, wir reden heute zusammen, oder? Genau, denn wir sind gerade an einem Punkt, wo wir nicht so einfach weiterkommen bei Drachis Abenteuer und sind nämlich so ein bisschen die Ideen ausgegangen. Genau, also die Sache ist, wir haben viele Ideen, wir können sie aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verwenden. Wir wollen halt nicht jetzt, wir haben zum Beispiel Ideen so, was richtig krass ist, was man machen könnte. Nur, das muss halt irgendwann auch mal alles gebaut werden und das ist halt nicht von jetzt bis gleich umgesetzt. Und ich glaube, wir sollten das schon mal als ersten Punkt annehmen, wenn du mir dazu stimmst. Und zwar als allererstes mal die Bauwale. Als allererstes mal danke vielmals an die Bauwale. Checkt natürlich auch ihren Channel aus, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Das sind die Leute, die diese unglaublichen Meisterwerke hier bei uns bauen, auch schon damals in Empire haben sie alles gebaut. Weil Haus, die riesengroße Stadt. Genau, alles, ja wirklich alles, auch von Rewi, von Mo, die haben alles gebaut. Bei Louis Haus, drum und dran, haben sie alles gebaut. Und jetzt suchen aber die Bauwale wieder nach neun Leuten, weil das ist auch eines der Probleme. Die Bauwale haben nicht mehr so viele aktive Leute, die motiviert sind. Die Sache ist aber, wir können nicht jeden x-beliebigen nehmen. Denn das Mindestalter ist 14 Jahre und ihr müsst einen guten Computer haben. Einen Computer, der Modpacks handeln kann von einer sehr hohen Stufe. Das heißt, ihr müsst mindestens 4 GB Arbeitsspeicher haben, um hier mitspielen zu können. Ähm, falls ihr interessiert seid, natürlich, um ein Teil von diesem Team zu werden, von den Bauwalen, die hier weiterhelfen, dann schreibt einfach unten zu den Bauwalen, da ist natürlich auch nochmal ein Link, ein zweiter, gebe ich dann early alles. Da steht bewerben, da könnt ihr euch bei den Bauwalen bewerben. Ne, mindestens 14 Jahre, 4 GB Arbeitsspeicher auf dem Computer, falls ihr es nicht wisst. Und ihr solltet bauen können. Ja, bauen natürlich. Nicht einfach nur ein Dirt-Haus, nicht einfach nur ein Holzhaus, sondern so was Cooles. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr findet, ihr könnt das hier nachbauen, wenn euch jemand sagt, hey, bau mal das und das und ihr wisst, okay, ich kann einen Weg bauen, wie hier beim Turm oder so ein Haus, oder ihr kriegt es hin, das zu kopieren, dann reicht das schon, weil da können euch die Leute Aufgaben geben und ihr könnt die schon mal ausführen. Und wenn ihr eigene Ideen habt von speziellen Bäumen, dann macht das. Aber ihr müsst natürlich nicht nur helfen, oder ihr könnt natürlich nicht nur helfen, indem ihr Bauwale seid, sondern ihr könnt auch helfen, early. Der wichtigste Punkt, denn wir sind halt im Moment so ein bisschen, deswegen kam auch gestern so eine Folge aus Jonas Sicht, weil wir gestern hier einfach gesessen haben und gedacht haben, was machen wir jetzt eigentlich für eine Folge. Wir haben jetzt gerade eine Idee, was wir die nächsten Folgen machen können. Wir haben sogar sehr viele, aber diese zu verknüpfen ist schwer. Das ist die Sache, wir haben jetzt, wir waren halt, haben jetzt am Überlegen so, hey, was machen wir heute für eine Folge, deswegen haben wir uns jetzt entschieden, diese Folge zu machen, weil wir dafür etwas gebaut haben müssten. Es ist schon sehr spät, wir brauchen dafür zwei Leute, die Charaktere sprechen. Das ist halt das Hauptproblem. Deswegen ist diese Folge jetzt nicht machbar. Und statt, dass wir hingehen und sagen, guten Morgen kommt dann gar keine Folge, machen wir jetzt eine Folge, wo wir euch um Hilfe bitten. Ich habe zwar vor ein paar Folgen das bereits gemacht, aber die Ideen waren an sich ganz cool. Ihr habt ja unten in die Kommentare geschrieben, Ideen, wie es Drachis Abenteuer weitergehen könnte. Ein paar coole Ideen waren dabei, aber eine wichtige Sache. Schickt uns eure Ideen für Storys in Drachis Abenteuer. Es kann die verrückteste Story sein, es kann eine total ernste Story sein, es kann eine lustige Story sein, was weiß ich. Aber es muss eine Story sein. Ganz wichtig, es soll eine Story sein, nicht? Und super, super, super wichtig, was wir bis jetzt, glaube ich, noch nicht angemerkt haben, beziehungsweise es nur nebenbei angemerkt haben. Drachis Abenteuer ist ein geschlossenes Projekt, eine geschlossene Story an sich. Es baut auf Kingdom und Empire auf, allerdings hat es nichts mit Empire und Kingdom zu tun und es wird auch nicht mit Kingdom und Empire verschmelzen. Drachis wird in Kingdom beispielsweise wahrscheinlich nicht vorkommen und Empire 2, falls es es irgendwann geben wird, wird nicht auf Drachis Abenteuer aufbauen. Das heißt, es werden in Empire 2, wird für uns, für mich und für Drachis Abenteuer nicht existiert haben. Damit wir hier einfach den größten Quatsch machen können und das halt storymäßig, sonst ist es super kompliziert, das zu verknüpfen. Und was mir halt sehr, sehr wichtig ist, weil viele Leute haben die ganze Zeit geschrieben, so hey, ihr geht einfach zurück nach Empire, macht dies, das, hey, nimmt die anderen Leute von Empire, hey, geht nach Kingdom, das können wir nicht einbauen. Das ist ein geschlossenes Projekt an sich. Wir werden immer mal versuchen, Gäste dabei zu haben, aber ihr braucht auch keine Gäste vorschlagen, sondern Storys. Wir brauchen wirklich gute, vernünftige Storys und nicht sowas wie, äh, was weiß ich, äh, die Welt explodiert oder euch drei greifen Drachen an, damit können wir, das ist bereits passiert. Das ist keine Story. Ja, das hilft uns nicht, sondern Storys, wenn ihr schreibt so, hey, ihr geht irgendwo hin und dann werdet ihr vom Banditen angegriffen oder Drachi wird entführt, was weiß ich. Das sind wenigstens, auch wenn das nicht viel ist oder nicht lang ist, sind das trotz dessen Stichworte, mit denen man was anfangen kann, mit denen man sich vielleicht eine Story aufbauen kann. Aber wenn ihr einfach nur sinnfreie Sachen oder so, hey, geht zurück nach Empire oder baut ein Haus, das ist halt, das ist langweilig. Das ist, da brauchen wir kein Roleplay für. Ja, und vor allem halt, wenn ihr Storys habt, also wenn ihr Ideen habt, dann überarbeitet sie, weil Ideen, Storys, echte Geschichten sind Geschichten und nicht einfach nur irgendwelche Wörter. Setzt euch hin und überlegt wirklich, hm, was könnte passieren? Was könnte mit Drachi und Early sein? Und versucht immer eine Geschichte zu schreiben, bei der ihr abzielt auf zwölf Minuten. Versucht irgendwie so, es ist schwer für euch. Nicht mal unbedingt. Nein, zwölf Minuten ist halt immer die perfekte Story-Geschichte. Also ich meine, zwölf Minuten ist perfekt erzählt. Für die, die wissen, ich komme aus dem Filmbereich, ne, und zwölf Minuten ist eine perfekte Story für ein Online-Content, aus einem einzigen einfachen Grund. Und es gibt mehr Werbung. Nein, aus einem einzigen einfachen Grund, weil es ist sehr gut aufgepault in drei Kapiteln. Vier Minuten fürs Erste, vier Minuten fürs Zweite, vier Minuten fürs Dritte. Drei Minuten geht natürlich auch, neun Minuten, aber das ist ja eigentlich total egal. Es soll einfach nicht eine Story sein, bei der es heißt, ihr werdet angegriffen, dann geht ihr in eine Höhle, in dieser Höhle sind Banditen und, ähm, die fressen euch auf. Die fressen euch auf. Und Drachi rettet euch mit einem Zauberspruch. Ja, das hilft beispielsweise nicht weiter. Was ich beispielsweise, um mal so ein, zwei Beispiele zu nennen, jemand hatte zum Beispiel geschrieben, ähm, von wegen, man hat ja mitbekommen, der Ork, äh, der hat ja aktuell ein Amulett. Ähm, was für ein Amulett wissen wir ja noch nicht. Wir wissen auch nicht, was es mit ihm macht. Da haben wir auch noch keine Idee für. Das hat aber beispielsweise jemand in die Kommentare geschrieben, wenn der Ork das Amulett abnimmt, könnte es ja sein, dass der nett wird, dass er auf einmal total lieb wird. Das heißt, das Amulett macht ihn böse. Finde ich keine blöde Idee. Könnte man sich vielleicht Gedanken drüber machen und das vielleicht einbauen. Das war nur kurz und knapp, aber das ist zum Beispiel ein cooles Element, was man einbauen könnte. Wir wollen auch, dass ihr mit ein Teil werdet von dieser Story. Wir wollen ja nicht einfach nur, weil ich zum Beispiel persönlich sitze hier und dann denke ich mir, wenn wir nicht gerade eine Episode machen, die für euch ist oder bei der wir mega Spaß haben, der Early und ich, und uns kaputt schlapp lachen eigentlich, währenddem wir die Episode machen, wir wollen die Episode für euch machen. Filler-Episoden wollen wir nicht machen, was auch der Grund ist, warum wir jetzt hier sind. Wir hätten einfach eine billige Episode mit Clickbait-Titeln nehmen können, dann würde das alles funktionieren, aber anhand von den Klicks seht ihr ja, wir versuchen nicht, ein Projekt zu bringen, das einfach nur auf irgendwelche Klicks abzieht. Wir wollen ein Projekt... Wo er einfach da hingeklatscht ist. Ja, wir wollen einfach, dass die Community Bock hat auf das. Und das ist halt für uns auch wichtig. Wir haben Bock, hier zu sein und nicht am Ende der Episode zu sagen, meh. Wir wollen am Ende der Episode sagen, boah, das ist schon geil. Alter, endlich ist diese Scheiß-Folge vorüber. Schnell schneiden, hochladen, weg damit. Wird schon irgendwer gucken. Das ist halt nicht der Content, den ich persönlich machen möchte. Ich möchte hinter dem Video stehen. Ein paar Folgen von Drachis Abenteuer waren selbst jetzt so nicht so mein Ding, weshalb ich mir jetzt auch selber sehr viel Gedanken gemacht habe, wie man das ändern könnte. Und deswegen haben Marzi und ich uns die letzten Tage sehr viel hingesetzt, überlegt, wo können die Story hinführen. Wir haben jetzt für zwei, drei Folgen Ideen. Das Problem ist, es muss halt gebaut werden. Deswegen kommt heute leider keine Folge Drachis Abenteuer. Aber vielleicht eine Runde Montagsmaler machen wir, Leute, habe ich gehört. Eine Runde Montagsmaler? Können wir machen, können wir machen. Eine lustige Runde Montagsmaler. Klingt gut, machen wir, machen wir. Ja, aber gut, Leute. Also, wenn ihr mitholfen wollt bei den Bauwahlen, bewerbt euch bei den Bauwahlen mindestens 14 Jahre alt und 4 GB Arbeitsspeicher auf dem Computer. Und ihr müsst natürlich bauen können und Anweisungen befolgen. Und bitte seid nicht Leute, die die ganze Zeit nur bei Early und mir sein wollen, weil wir bevorzugen Leute, die ganz cool sind. Gechillt, wir sind auch nur Menschen. Es ist super anstrengend, wenn ich im Teamstick in einen öffentlichen Channel gehe und dann irgendwer in den Teamstick kommt. Oh Gott! Können wir bitte zusammen ein paar Spiele? Genau, weil wir werden es nicht tun. Auch wenn ihr Fortnite wollt, werden wir nicht tun. Wir haben ja auch unser Privatleben. Und YouTube wollen wir auch machen. Und wir haben Freunde und wir wollen spielen. Und die Sache ist halt, wenn man wie ein Kumpel zu uns rüberkommt, dann kann man Kumpels werden. Wenn ihr rüberkommt wie ein Fan, dann werdet ihr auch nur ein Fan bleiben. Das klingt zwar komisch, aber so ist es halt. Aber kommt nicht so an und tut einen auf Wert ihr Best Friends mit mir. Das haben auch schon ein, zwei Leute versucht. Das kann ich nicht leiden. Wie macht man denn bitte schön auf Best Friends? Ja, so mit einem so reden und so tun, als wäre man schon, würde man sich seit zehn Jahren kennen und wäre so best befreundet. So, so. Nein. Hey, Early, erinnerst du dich noch damals? Mate, ich kenne dich seit zehn Sekunden. Das ist mit ihr. Gut, Leute. Schreibt in die Kommentare, Story-Ideen. Schreibt in die Kommentare, Story-Ideen. Meinetwegen auch stichpunktartig. Aber bitte überlegt euch, was sinnvoll ist und nicht einfach nur, äh, die Stadt wird von Drachen angegriffen. Oder es explodiert. Ja, das ist halt so Standard-Sachen. Sondern mal was Cooles, mal was Neues, mal im Weg greift was von Empire auf und wandelt es ein bisschen um. Oder von Kingdom, was weiß ich, aber nicht so 0850-Stories, die es halt schon tausendmal gegeben hat. Wir würden uns darüber freuen. Nur eine Sache. Ihr seht hier im Game, währenddem wir spielen, ab und zu Skin-Bugs von den NPCs. Das wollte ich schon länger ansprechen. Da können wir nichts tun. Wir finden das auch mega schade. Es zerstört ein bisschen das Roleplay. Ja. Ähm, aber die Sache ist halt... In Empire war es bei mir nicht so schlimm. Ich habe auch keine Ahnung, woran es liegt. Das ist irgendwas, das ist mit der Mod nicht in Ordnung. Und auch die Lags bei mir zum Teil, die Frame-Drops. Mein Computer ist nicht so stark, dass ich eigentlich auf Shader spielen kann. Aber ich spiele lieber mit Shader und verliere dadurch 5 Frames als ohne Shader. Weil ich finde, mit Shader sieht es bei mir ein bisschen besser aus. Und ich kann es ja noch handeln. So. Und sonst, danke euch vielmals. Und wir sehen uns im Montagsmaler. Ja. Hallo Leute, bis gleich. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.